Hi, wir sind jetzt hier im Australian Butterfly Century angekommen und die Tour hat gerade angefangen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich glaube, ihr könnt mich nicht mehr sehen, aber hier sind überall Butterflies. Da vorne sitzt einer. Kannst du es sehen? Ist nicht schlimm, aber es ist so schön. Überall Butterflies. Wir sind jetzt hier im Australian Butterfly Century, also das australische Schmetterlingshaus. Und hier sind überall Schmetterlinge. Es ist wunderschön. Ich hätte gerade vor einer Minute sogar ein Schmetterling auf dem Kopf sitzen. Die fliegen hier rum, es ist super. Ja, wir sind jetzt gerade aus dem Schmetterlingshaus gekommen und es war super toll. Die Schmetterlinge sind überall rum geflogen. War total cool. Und hier haben so ein paar Leute aufgeschrieben, was sie denken. Und jeder ist einfach nur begeistert. Es war wunderschön. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Untertitelung des ZDF, 2020